... von 60 km der Autobahnfahrt. ... von Sonnenschein ... ... viel Sonnenschein ... ... 24 bis 26 Grad ... ... Sommerwetter. Und genau so ... ... Samstag zum Standanswochenende ... ... eins wie sich alleine Sonntag mit Roten ... ... könnten die ersten Regenbefälle oder auch Gewitter kommen ... ... das sieht zumindest momentan so aus, wenn wir auf die Wetterkarten gucken ... ... ist aber nicht schnippt mehr, dann wird der Garten zum Beispiel auch mal wieder nass ... ... und die ganzen Bäume, wenn wir jetzt schon nach Wasser schreien werden ... Das ist schon okay so, auch wenn auch unter die Temperaturen ein bisschen kühler sind. Mit 22 Grad geht's.